ja hallo gaming freunde herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder game collector es gibt mal wieder ein playstation 5 spiele update und auch ein kleines zubehör teil ist auch mit dazu gekommen das könnt ihr hier sehen und zwar insgesamt sind fünf spiele geworden ein spiel schon gar aus dem black friday was richtig krass im angebot gewesen ist um 50 prozent um gedacht musst du dir auf jeden fall mitnehmen ich würde sagen wir fangen gleich an mit den playstation 5 spiele update video bis gleich so fangen wir gleich mit dem ersten spiel an und zwar call of duty vanguard habe ich mir für die playstation 5 gekauft die let's plays habt ihr gesehen war eine richtig tolle einzelspieler kampagne war eine fesselnde story und mich würde es nicht wundern wenn da eine fortsetzung kommen würde und ich hoffe inständig dass da eine fortsetzung kommen wird denn die ganzen geheimnisse der gestapo die sind ja jetzt von dem spezialtrupp vanguard aufgedeckt worden das flugzeug zum schluss wo sie dann gekidnappt haben sind eben diese ganzen geheimdokumente ans tageslicht gekommen und ich hoffe inständig dass da ein zweiter teil kommen wird wie gesagt multiplayer technisch bin ich nicht so befangen bin ich jetzt nicht unbedingt fan von aber die einzelspieler kampagne war wirklich grandios die grafik ist auch in ordnung gewesen war sehr angenehm hat mir sehr gut gefallen ich habe es jetzt nach wie vor auf der playstation 5 drauf gelassen weil vielleicht kommt ja doch noch das eine andere update mit ray tracing und so dann werde ich vielleicht die eine andere mission noch mal spielen die einzelspieler kampagne braucht circa 57 gigabyte das heißt man hat die wahl die multiplayer auch zu installieren die angaben die hier draufstehen die stimmen schon teilweise wenn man den ganzen multiplayer ja das ganze multiplayer gedox aufmacht den ganzen quatsch deswegen kommt das schon ungefähr hin ich habe mich jetzt hier für die version entschieden habe es nicht gewusst dass bei der deutschen version jetzt auch endlich dieses neue gesetz greift das was 2017 beschlossen worden ist zwecks hackenkreuze und so also heißt nur in der einzelspieler kampagne sieht man hackenkreuze weil es eben geschichtsträchtig ist weil eben eine geschichte erzählt wird und war eben explizit gut und böse dargestellt wird im multiplayer modus schaut das ganze schon ein bisschen anders aus weil es sind dann doch verschiedene menschen auf der gesamten welt die da entsprechend gegeneinander kämpfen und ja auch da haben sie es heute hier dann eben nicht gemacht also tolles spiel kann ich nur jeden empfehlen gibt es natürlich für sämtliche plattformen richtig geiles spiel mir hat es gefallen gut muss jeder selber entscheiden die ganzen kritiken ja muss man nicht unbedingt teilen ich teile sie nicht weil man muss sich das zulegen was einem persönlich selber gefällt so dann kommen wir zu einem etwas älteren spiel oder beziehungsweise naja gut man kann jetzt nicht sagen dass es alt ist ist aber auch schon zwei jahre auf dem markt jetzt hat es eine offizielle next gen version gibt es jetzt dazu als ein next gen update und zwar das spiel ich hoffe ich spreche den namen richtig aus a plague tale innozenz ich hoffe man spricht es so aus ist ein mittelalter spiel geht hier um zwei schwestern bzw zwei weisenkinder die da im mittelalter dann die geschichte halt zeigen was es in spiegel kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen ich weiß aber nur dass das spiel sehr sehr gut sein soll deswegen habe ich es mir gekauft gibt es natürlich auch im game pass aber ich wollte es jetzt für die playstation 5 haben weil ich möchte gern let's play darüber machen und das spiel hat 30 euro gekostet wie gesagt das gibt es natürlich schon im angebot ist natürlich schon ein bisschen länger als auf dem markt die grafik soll auch sehr sehr gut sein story technisch und fesseln soll es auch sein soll auch sehr nah und last of us herankommen was die story betrifft und wie man mit den figuren mit fiebert und so und ja wie gesagt das spiel werde ich mir noch ein bisschen aufheben weil ich jetzt aktuell ein anderes playstation 5 spiel zocke call of duty vanguard habe ich ja schon durchgespielt und ja auf jeden fall freue ich mich auf das spiel bin natürlich sehr sehr gespannt wenn ihr es bereits gespielt habt könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben so dann kommen wir zu einem anderen spiel das ein remastered bekommen hat ich habe es persönlich für die xbox 360 aber jetzt ist es auch für die next gen herausgekommen war eine zeit lang im game pass mit drin allen rake remastered hat ja auch mal geheißen so ein zweiter teil kommen aber bis dato noch nichts hat jetzt ein update bekommen für die xbox series x und auch für die playstation 5 1 remastered bin auf das spiel sehr gespannt so ein detektiv spiel könnte man sagen soll auch sehr bahnbrechend sein das spiel war zur damaligen zeit schon sehr revolutionär war glaube ich damals nur ein exklusiv titel für die xbox und für den pc kam damals auf die playstation gar nicht heraus jetzt haben sie es aber auch für die playstation 5 und ich glaube auch für die playstation 4 herausgebracht gut bei der xbox ist es ja vollkommen egal weil da wenn du dein xbox spiel kauf kriegst du eh kostenlos das update für die series x und für die series s aber ich habe es auch für die playstation 5 gekauft weil ich da auch gerne ein let's play machen möchte aber das wird natürlich noch ein bisschen dauern könnt ihr mir auch mal in die kommentare schreiben ob ihr das spiel schon mal gespielt habt so jetzt kommen wir zu einem spiel das mich vom trailer her schon überzeugt hat und mich gefesselt hat und zwar marvels guardians of galaxy das offizielle video spiel bzw offiziell kann man nicht sagen weil es nichts mit den kinofilmen zu tun hat wenn wir eine eigenständige geschichte die grafik ist auf jeden fall mal richtig bombe das muss ich auf jeden fall schon mal gestehen bewusst für die playstation 5 gekauft weil man gedacht habe ich habe schon jetzt ein paar marvel spiele für die playstation 4 wie gesagt spider man und für die playstation 5 haben gedacht ja dann werde ich eben die marvel spiele dann eben für die playstation 5 mir gönnen wenn die grafik hier genauso bombe ist wie bei spider man meist moralis das ich übrigens aktuell zocke was mich jetzt aktuell schon sehr sehr fesselt ich habe natürlich jetzt leider erst so drei videos hochgeladen die ich kommentarlos hochgeladen habe ja ich wollte mich erst so ein bisschen ein kurven aber keine angst die nächsten let's place werden natürlich dann von mir wieder kommentiert und da bin ich bis jetzt richtig begeistert von spider man meist moralis für die playstation 5 und hier auch gar ins of galaxy habe ich gesagt den trailer gesehen und die story soll sehr sehr abgedreht sein und die guardians da kann man sowieso nicht viel verkehrt machen ich habe es zum black friday gekauft das war vor zwei wochen glaube ich letzte woche war es war es im angebot für 35 euro kurzer zeit gab es das ganze auch schon gar mal für 32,99 da muss man natürlich sofort zuschlagen war aber dann leider schon ausverkauft wir haben hier sogar ein schickes wendekover mit an bord kann ich mal schnell zeigen nehmen wir mal das ganze heraus das wäre hier ein schickes wendekover man könnte das jetzt theoretisch gesehen umdrehen aber gut mir gefällt aber das hier auch genauso wie gesagt freue mich auf das spiel erstmal spider man meist moralis durchzocken und dann denke ich werde ich mich gar nicht auf galaxy mal widmen weil die könnte man eigentlich dann doch schon ziemlich schnell durch haben wie viel spielzeit man investieren muss weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht könnte es mir mal in die kommentare schreiben wie viele spielstunden mal investieren muss wenn man es sofort durch spielt gut so dann kommen zum letzten spiel war jetzt nicht zum black friday was ich gekauft habe und zwar far cry 6 ich konnte zwar mit dieser spielerei nie so viel anfangen ich hatte mal glaube ich far cry dry auf der playstation 3 habe mir dann irgendwie doch nicht so gefallen ja gut muss jeder selber wissen die letzten far cry teile habe ich ehrlich gesagt gar nicht gezockt aber mir gedacht das möchtest du trotzdem mal für die next gen haben hier in der hauptrolle mit Giancarlo Esposito den man ja aus Breaking Bad und natürlich auch aus Star Wars der Mandalorian als Morph Gideon kennt der hier eine tragende Hauptrolle spielt schön in 3d animiert hier ist übrigens das mediamarkt exklusiv werdet ihr gleich sehen warum es exklusiv ist was hat es gekostet ich glaube 60 euro hat es gekostet ja billig war es nicht ich habe es zum release gekauft ich wollte es einfach haben ich habe es für die PlayStation 5 gekauft weil ich ja eben wie gesagt auch ein let's play machen möchte die codes wurden bereits eingelöst das heißt braucht euch keine gedanken darüber zu machen dass ich das jetzt versehentlich hier zeige aber ich glaube ja das sind kurz schon mit bei aber die wurden bereits eingelöst ja nichts spektakuläres innen drin bin natürlich auf das spiel sehr gespannt und weil es eben exklusiv war gab es da noch beim mediamarkt ein Steepbook mit dazu hier schönen hochglanz die Hauptdarstellung abgebildet das spiel ist auch ein bisschen umstritten weil es da irgendwie um Hahnenkämpfe geht die dann irgendwie gegen das Tierschutzrecht irgendwie verstoßen man hat es jetzt hier so ein bisschen ja mit eingefügt aber rausgeschnitten haben sie es jetzt nicht viele beschweren sich heute auch das spiel ist eben scheiße oder so aber muss ich das selber wissen wie gesagt man kann sich jeden recht machen haben wir einen richtig schönen innendruck hier beim Steepbook oder wie gesagt man kann es wirklich nicht jedem recht machen deswegen ja ist es heute jetzt einfach so muss er selber entscheiden was er gerne spielen möchte ja hier zu viel zum Thema Steepbook nicht schlecht wenn das mit bei ist so dann kommen wir zum letzten und zwar ich habe mir eine Tasche gekauft für meinen Playstation 5 Controller den habe ich mir über Amazon gekauft hat 1290 gekostet könnte mich ein bisschen selbst ohrfeigen denn den Xbox hätte ich auch noch gewollt dann habe ich ihn heute bei Ebay gekauft für günstiges Geld aber der kommt scheinbar aus China die Tasche natürlich und es dauert heute noch ein bisschen ich hoffe dass vor Weihnachten noch klappt habe ich aber dann nur 5 Euro gekostet weil ich dann eben noch ein paar Ebay Pluspunkte gehabt habe und die habe ich dann eingelöst wie gesagt hätte ich vielleicht doch gleich auch über Amazon die Tasche für den Xbox Controller kaufen sollen ist natürlich jetzt leider ausverkauft aber ich denke die Tasche wenn er aus China kommt müsste gleich vom gleichen Hersteller sein so schaut das ganze aus damit ihr es mal gesehen habt man kann auch den Xbox den Playstation 4 Controller den kann man ebenfalls hier in die Tasche rein tun und so schaut das ganze aus passt hier perfekt rein und er ist gut geschützt Stab geschützt natürlich hier schon ein bisschen mit Velour ausgepolstert das passt hier oben hätte man da noch eine Tasche da kann man dann sozusagen das USB Ladegerät rein tun habe ich aber jetzt nicht gemacht weil ich habe eine Dockstation habe ich euch auch schon auf meinem Kanal vorgestellt deswegen brauche ich das ganze eben nicht so Leute es ist eine kleine Ausbeute geworden naja gut immerhin sind es 5 Spiele geworden nicht schlecht denke ich einige Spiele waren nicht ganz so billig wie gesagt Call of Duty Vanguard hat 77 Euro gekostet habe ich halt bei Gamesware gekauft weil mir ja nicht sicher war dass die deutsche Version auch unzensiert sein wird also was die Symbole die Hackenkreuze betrifft ja und Far Cry eben zum Releasetag gekauft aber die armen Veröffentlichungen wie jetzt zum Beispiel Guardians of Galaxy für 35 Euro oder iBlake Tale Innocence für 30 Euro und Alan Wake denke ich kann man nicht meckern es ist noch ein digitaler Spiel dazugekommen und zwar die GTA Trilogie die Remastered Version von GTA 3, Vice City und San Andreas Let's Play habe ich schon drei Stück absolviert die Grafik geht in Ordnung die Bugs wurden einigermaßen beseitigt ich habe jetzt kein Bildrauschen irgendwie feststellen können oder irgendwelche Pixelfehler hin und wieder passiert es halt trotzdem dass man mal durch Wände fährt oder geht oder dass einfach ja die Figuren eben auf der Motorhaube drauf liegen bleiben und nicht so spektakulär runterfahren aber das kennt man von GTA und man möchte das auch gar nicht weg haben weil es einfach zu dem Charme von GTA einfach dazugehört und das hat GTA 5 genauso aber gut man kann darüber streiten ob man jetzt diese Definitive Edition von GTA gut findet oder nicht das tolle war ich konnte schon drei Tage vorher auf die PlayStation 5 installieren aber dann lief der Countdown und man konnte es erst wirklich ab Mitternacht um 01 am 11. November war es der 11. November ich glaube ja konnte man es spielen und jetzt am 7. Dezember kommen ja die physischen Discs heraus einmal Xbox einmal PlayStation 4 und einmal die Switch und dann war es das ja wie gesagt muss jeder selber entscheiden wie gesagt es macht Spaß mal San Andreas wieder einen etwas neueren Glanz zu sehen aber ich habe das Original trotzdem noch zu Hause ich habe es auf der Xbox 360 kann man natürlich auch auf der Series X genauso spielen das originale GTA San Andreas natürlich genauso wie GTA 3 auf der PlayStation 2 das einzige was ich noch nie auf der PlayStation 2 habe das ist Vice City mal gucken vielleicht werde ich mir das auch irgendwann einmal holen wenn ich es irgendwo günstig finde ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben ob auch diese Spiele die ich euch jetzt hier gezeigt habe in meinem persönlichen PlayStation 5 Spiele Update ob euch die auch zusagen und welche ihr schon gezockt habt da könnt ihr mal gerne Kommentare da lassen gut ansonsten sind wir mit dem Video durch ich hoffe es hat euch wieder gefallen ich würde mich über einen Daumen hoch freuen über ein Abo und nicht vergessen die Glocke zu aktivieren und dann hören und sehen wir uns zum nächsten Update Video oder Let's Play also bleibt gesund und schönes Morgenende Ciao